Dann steigen wir ein ins nächste kleine Kapitel, mal wieder auf Aufnahme drücken. Und zwar ist das das Thema Planung. Also wie organisiere ich das? Das ist eigentlich der Hintergrund oder auch der andere Aspekt Ihrer Arbeit. Sie wollen Geld verdienen. Das Büro, für das Sie arbeiten später, muss Geld mit Ihnen verdienen. Und im planerischen Bereich ist es so, dass die Firmen keine Rohstoffe verkaufen oder Produkte, sondern Geld verdienen mit der Arbeitszeit von Ihnen. Das heißt, es werden Planungsleistungen verkauft. Dafür gibt es ein Honorar und hoffentlich mehr Honorar, als der Mitarbeiter dann letzten Endes kostet, die Unternehmung. Dann funktioniert das Ganze. Und das sind im planerischen Bereich nur so als Größenordnung für Sie, um das auch mal einschätzen zu können, bei Ingenieurbüros, Planungsbüros, die haben eine sogenannte Umsatzrendite. Also wie viel Prozent des Umsatzes eines Jahres sind dann Gewinn? Der liegt in der Größenordnung zwischen 7 und 15 Prozent. Also gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Das heißt, wenn Sie 100.000 Euro Jahresumsatz machen als Ingenieurbüro, dann sind 10 Prozent, 7 Prozent davon der Gewinn, der übrig bleibt, nach Abzug von Gehältern und Ausgaben natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt als Büroinhaber nichts weiter mache, als nur Mitarbeiter zu haben, Projekte zu akquirieren und man kann so größenordnungsmäßig, kann man rechnen, strebt man einen Jahresumsatz pro Mitarbeiter von in etwa 80.000 bis 100.000 Euro an. Und ich hätte jetzt 10 Mitarbeiter, dann habe ich einen Jahresumsatz von einer Million und 7 Prozent davon wäre das, was quasi der Gewinn dieser Unternehmung ist. Das heißt, 70.000 Euro wäre dann der Gewinn des Büros im Jahr. Zehn Mitarbeiter und Projekte für eine Million Honorar akquirieren ist aber natürlich auch schon mal eine steile Ansage. Also der Gewinn, die Gewinnmarge, die Umsatzrendite sind nicht so gigantisch, wenn man das jetzt vergleicht mit produzierendem Gewerbe zum Beispiel. Da sind die Renditen durchaus auch höher. So, damit ich das kalkulieren kann, muss ich einerseits wissen, was verkaufe ich, also welche Planungsleistung verkaufe ich, wie organisiere ich das dann und wie viel Honorar kann ich dafür so üblicherweise verlangen. Schauen wir uns erstmal an, wie das Ganze dann auch in diesen Konstruktionsprozess eingebettet ist. Und das ist etwas, was Sie schon kennen. Das haben wir schon mal besprochen. Die Phasen des Konstruktionsprozesses, also klärende Aufgabe, also das sind die Schritte, die Sie dann durchlaufen werden. Ich werde das jetzt nicht wiederholen alles, sondern das hatten wir schon. Das ist ja allgemein gesagt. Und wie ist das jetzt konkret für die Baufysik? Hier nochmal dargestellt in den einzelnen Leistungsphasen. Das hatten wir auch schon. Und dafür gibt es dann sogenannte Honorartafeln, Honorargesetze und sogenannte Leistungsbilder. Je nachdem, was Sie tun. Also es gibt für den Architekten, da steht das Ganze dann in der sogenannten HOAI. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, das ist die Abkürzung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Da steht dann zum Beispiel die Leistung drin, das Leistungsbild, die Honorartafel für den Architekten oder auch für den Tragwerksplaner, die Tragwerksplanerin. Für die Leistungen Wärmeschutz und Energiebilanzierung steht das nicht wirklich in der HOAI drin. Das hat historische Gründe. Und für dieses ganze Gebiet des Wärmeschutzes gibt es ein sogenanntes AHO-Heft. Ich glaube, das steht da gar nicht so wirklich drin. Also AHO, Arbeitskreishonorierung heißt das Ganze und da gibt es ein Heft Nummer 23 und das beschäftigt sich mit dem Leistungsbild, Planungsbild könnte man auch sagen, Wärmeschutz und Energieeinsparung. Also das, was wir machen. Da steht dann einerseits drin, in diesen Leistungsbild-Tabellen, was ist die Grundleistung, also was ist quasi das, was immer erbracht werden muss, wenn ich sozusagen diese Leistung anbiete, in der jeweiligen Leistungsphase, also LPH heißt Leistungsphase eines Projekts. Da müssen Sie dann wieder an diesen iterativen Prozess denken. Erst die Idee, die stimmen wir ab, dann sind wir in der zweiten Planungsphase, das stimmen wir wieder ab, dann sind wir in der nächsten, konkreteren Leistungsphase, drei. Also es ist ja dieser schrittweise Prozess, über den wir reden. Also was muss ich als Grundleistung erbringen im Rahmen der Leistungsphase eins und was können sogenannte besondere Leistungen sein? Und das ist für ein Unternehmen, für ein Ingenieurbüro sehr wichtig zu wissen, was ist denn mein Auftrag? Weil es gibt ja dann einen Vertrag zwischen dem Bauherrn und Ihnen als Baufysikerin oder Baufysiker und da muss ja dann drinstehen zum Beispiel, ich beauftrage Sie mit den Grundleistungen nach AO-Heft Nummer 23 und mit folgenden besonderen Leistungen oder ohne besondere Leistungen. Und wenn Sie dann eine Leistung erbringen sollen, wie zum Beispiel die Beratung im Rahmen einer Zertifizierung, das ist ein Punkt unter den besonderen Leistungen, die noch nicht vertraglich vereinbart ist, dann können Sie dafür einen sogenannten Nachtrag stellen. Also auch nochmal sagen, lieber Bauherr, ich kann dich da gerne beraten, aber dann kostet das nochmal Honorar, extra Honorar, weil das ist eine besondere Leistung. Die ist nicht beauftragt bislang, mache ich gerne, kostet so und so viel, wenn du das willst, beauftrag mich. Und das ist für jeden Mitarbeiter extrem wichtig zu wissen, weil Sie sind dann natürlich der erste Ansprechpartner für den Bauherrn und die anderen Fachplaner. Sie müssen genau wissen, was ist Ihr Auftrag, Ihr Umfang des Auftrags. Das ist wichtig zu wissen und wenn Sie dann etwas tun sollen, was über Ihren Auftrag hinausgeht, das dann entsprechend auch abzustimmen, entweder selber dann einen Nachtrag zu schreiben. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben, dann wird die Geschäftsleitung auch Ihnen diese Kompetenz zugestehen, zu sagen, okay, dann mach halt selber einen Nachtrag, formulier den, ich unterschreibe den und dann geht das an die Bauherrnschaft raus oder wenigstens zu melden, Chef, Chefin, ich muss hier was machen, soll hier was machen, was nicht beauftragt ist, machen wir das mit, kann ja auch sein, dass man sagt, aus Kundenpflege und so weiter mache ich da jetzt keinen Nachtrag draus. Also wie gehe ich kaufmännisch damit um? Das hat nichts mit Bauphysik zu tun, sondern das ist quasi wirtschaften, ja, kaufmännische Vorgehensweise. Die müssen Sie immer ein bisschen mitdenken. Also da stehen drin in der HAI oder auch hier im Aho-Heft stehen dann drin die Grund- und besonderen Leistungen und Ihre Grundleistung ist in der ersten Leistungsphase klären, was soll klären der Aufgabenstellung heißen, nicht klären der Aufgabenstellung, sondern klären der Aufgabenstellung auf der Basis der von den Bauherrn vorzulegenden Bedarfsermittlung, was ergibt sich daraus für eine Aufgabenstellung für Sie als Bauphysikerin und Bauphysiker? Beispiel ist, Bauherr möchte eine Bibliothek im Keller einrichten, dann ist das quasi die Bedarfsermittlung und für Sie heißt das dann baufysikalisch was? Und das ist dann quasi zu erarbeiten in der Leistungsphase 1, das heißt dann, da wird Papier gelagert, archiviert, ich brauche eine hohe Temperaturkonstanz, ich brauche eine Feuchtigkeit, eine relative Feuchtigkeit, die nicht groß schwanken darf, damit die Papiere nicht gammeln. Wenn der Bauherr das möchte, wenn der irgendwelche alten historischen Lutherbibeln und alte Bücher hat, kann ja sein, weiß ich nicht, vielleicht haben Sie das Glück und Sie haben so einen Bauherrn, dann hat das baufysikalische Konsequenzen und dann wäre das in der Leistungsphase 1, Ihre Aufgabenstellung, sich diese Aufgabenstellung selber mal runterzuschreiben. Der Bauherr möchte das, was heißt das jetzt für mich? Ich muss die Bibliothek nachweisen, heißt das dann. Und daraus dann in einem zweiten Schritt, der steht dann hier auch, die Grundlagen, Vorgaben und Ziele abzuleiten. Was heißt das jetzt? Ich muss die Bibliothek planen, das heißt, ich brauche eine Temperaturkonstanz, ich brauche eine Feuchtekonstanz oder was heißt das, wenn der Bauherr eine Effizienzhaus 55 plant oder gerne hätte? Was heißt das als Vorgaben? Was heißt das für meine Bauteile? Also Ihre Aufgabe in der ersten Leistungsphase ist, diese Ziele tabellarisch stichpunktartig aufzuschreiben, zum Beispiel so eine Tabelle, wie wir sie eben gesehen haben. Mehr nicht. Und dann geht das zurück in die Abstimmung in den Gesamtprozess und dann muss der Architekt alles zusammenführen. Das ist seine Leistung, also zusammenführen, Koordination der beteiligten Fachplaner, das ist Aufgabe der des Architekten und muss das dann mit den Bauherren dann abstimmen und sich auch freigeben lassen, freizeichnen lassen. Und erst dann geht es in die nächste Leistungsphase 2 rein und da wird es dann konkreter. Da heißt es dann Analyse der Grundlagen, klären der wesentlichen Zusammenhänge von Hülle- und Anlagentechnik, einschließlich Alternativbetrachtung, das was wir eben sagten, ich kann Effizienzhaus 55 auf verschiedene Arten bauen, das können Varianten sein oder der Bauherr möchte wissen, was heißt Mindestanforderungen im Vergleich zur Effizienzhausplanung. Und, und das ist der wichtigste Punkt in Leistungsphase 2, die Vordimensionierung der relevanten Bauteile. Das ist sicherlich der arbeitsintensivste Prozess der Leistungsphase 2. Also wie sehen die Bauteile aus baufysikalischer Sicht aus? Welche Varianten gibt es da? Und die dann abzustimmen, diese Bauteile, mit den beteiligten Fachplanern beziehungsweise mit dem Architekten und mit den Bauherren. Ja, wenn der Bauherr zum Beispiel ein Sichtmauerwerk von außen haben möchte, so eine Klinker-Vorsatzschale, wie Sie die aus Norddeutschland vielleicht kennen, oder der Bauherr möchte ein Holzhaus haben, dann hat das ja Einfluss auf die Vordimensionierung ihrer Bauteile. Was eine häufige, besondere Leistung dann in Leistungsphase 2 ist, ist dann diese Mitwirkung. Ich will hier nichts rausnehmen. Weg. Aus. Ist die Mitwirkung oder Beratung im Rahmen von Fördermaßnahmen. Ja, KfW-Haus ist eine Fördermaßnahme. Das ist eine besondere Leistung. Das heißt, wenn Sie wissen, der Bauherr möchte ein Effizienzhaus 55 eventuell haben, dann wäre das eine besondere Leistung, die auch ein besonderes Honorar rechtfertigt. Ja, das ist ja wichtig zu wissen. Das ist aber häufig angefragt, diese Beratung im Rahmen von Fördermaßnahmen. So, dann geht es weiter. Hier, das ist alles noch Leistungsphase 2. Mitwirkung, Abstimmung, fachspezifische Planungskonzepte der Objektplanung und der Fachplanung. Das ist so nebulös. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, das müssen wir ein bisschen konkretisieren. Da geht es um die Abstimmung der technischen Gebäudeausstattung. Als Beispiel, wenn der TGA-Planer, also es gibt dann eine Planerin, einen Planer für technische Gebäudeausstattung, TGA, technische Gebäudeausstattung, wenn der sagt, na, wir können da keine Erdreich-Wärmepumpe bauen. Geht nicht. Wir haben Wasserschutzgebiet, da können wir jetzt keine Sohle-Wärmepumpe bauen. Dann ist das eine Vorgabe für Sie. Wenn Sie dann sagen, ja, aber ich brauche eine Wärmepumpe, was heißt das dann? Also das abzustimmen ist Ihr Job in Leistungsphase 2. Und dann sicherlich die Erstellung eines Gesamtkonzepts in Abstimmung mit der Objektplanung und den beteiligten Fachplanungen. Also das ist dann hauptsächlich das, was hier steht. Das können Sie quasi als Checkliste betrachten für Ihren Bericht, den Sie ja auch schreiben sollen. Auflisten der Bauteile, der Gebäudehülle, Außenwand, Fenster, Dach, Bodenplatte, Kelleraußenwand. Vielleicht waren es die schon. Mit Vorbemessung der zum Wärmeschutz erforderlichen Dicken und der Materialeigenschaften. Das ist der wesentliche Teil der Leistungsphase 2, die Vordimensionierung hier oben. Und dann die Erstellung des Gesamtkonzepts, wo das alles dann tabellarisch mit einer Skizze vielleicht zu entnehmen ist. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage für die Objektplanung und Fachplanung. Und was heißt das? Das ist eigentlich nochmal das Gleiche. Vorbemessung der wesentlichen Kennwerte zum Wärmeschutz. Also Wärmeleitfähigkeit, Schichtdicke, Wärmedurchgangskoeffizient, was das ist, ist egal. Gucken wir uns noch an. Gesamtenergie-Durchlassgrad der Verglasungen, schauen wir uns auch noch an. Also das sind alles Baustoff- oder Materialeigenschaften, die Sie festlegen jetzt zu dem Zeitpunkt. Leistungsphase 2. Also sehr früh schon im Planungsprozess, damit der Architekt, damit alle anderen weiter planen können, brauchen alle Ihre Informationen. Also Sie haben eine wichtige Schlüsselfunktion als Baufysikerinnen und Baufysiker im Rahmen des Planungsprozesses. Sehr früh schon entscheiden Sie kostenrelevante Bauteile mit. Und das muss natürlich sauber dokumentiert werden, dass nachher auch der Bauherr nicht sagt, ja, da wusste ich ja nichts von und das haben wir ja noch nie besprochen. Also es ist auch Ihre eigene Sicherheit, die Sie durch so ein Dokument erzielen. Dann eigentlich eine Standardleistung, die dazugehört, ist ein sogenannter Bauteilkatalog. Das ist eigentlich nichts anderes als die Vordimensionierung und dieses Gesamtkonzept, ja. Das ist in Form eines Bauteilkatalogs. Und was ich eigentlich auch, was Sie eigentlich auch machen müssen, ist ein sogenanntes Luftdichtheitskonzept. ist auch nichts Wildes, ja. Also wir hatten ganz am Anfang mal über die Funktionen aus thermisch-hygrischer Sicht, nannte sich das ganz abenteuerlich gesprochen, und eine erforderliche Funktion war die Luftdichtheit der Gebäudehülle, ja, dass Sie Ihren Wintermantel auch zumachen können im Winter und dass der nicht offen steht. Und dahinter steckt dann ein sogenanntes Luftdichtheitskonzept. Wir werden uns das anschauen. In unserer Lernphase D werden wir über Luftdichtheit sprechen und wie man die erreichen kann. Aber wir sprechen auch schon bei den Bauteilen darüber. So, dann geht dieses Gesamtkonzept mit dem Bauteilkatalog und dem kleinen Luftdichtheitskonzept, geht wieder in die große Runde, ja, geht wieder zum Architekten, der muss das koordinieren, muss dann auch Widersprüche feststellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, meine Außenwand muss besonders gut Wärme dämmen können, der Stein, den du auswählst, muss besonders gut Wärme dämmen können, und die Tragwerksplanerin sagt dann gleichzeitig, meine Außenwand muss aber gut tragfähig sein, dann ist das ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch muss der Architekt aufdecken. Der muss sagen, okay, der eine will eine Wand, die besonders leicht ist und gut Wärme dämmt, und die andere möchte eine gut tragfähige Außenwand haben. Das passt nicht. Da müssen wir jetzt eine Lösung suchen. Dann geht es nochmal diesen kleinen Iterationsschritt zurück. Dann wird man Sie wahrscheinlich angucken als Bauphysiker und fragen, was sind denn Alternativen dazu? Wir brauchen die Tragfähigkeit. Wie lässt sich der Wärmeschutz anders realisieren? Dann sagen Sie, naja gut, ich kann auch einen sehr tragfähigen Stein nehmen, dann muss ich aber die Wärmedämmung in eine andere Schicht auslagern. Dann kann ich das nicht mehr mit einem Stein machen, sondern ich brauche dann eine wärmedämmende Schicht und eine tragende Schicht. Dann habe ich kein monolithisches Außenmauerwerk mehr. Also das ist dann so der Kreativplanungsprozess in Leistungsphase 2. Dann geht es wiederum konkreter in die Leistungsphase 3. Das nennt sich dann die Entwurfsplanung. Und da wird das dann konkretisiert. Also Fortschreiben der Rechenmodelle und wesentlichen Kennwerte, Mitwirkung bei der Fortschreibung der Planungskonzepte, Bemessen der Bauteile des Gebäudes, also nochmal konkreter rechnen sozusagen die Bauteile. Sie haben sie ja schon mal vordimensioniert, jetzt geht es an die konkrete Berechnung. und dann Erarbeiten von Übersichtsplänen, das ist wichtig an der Stelle, und eines Berichts wieder. Also Sie sehen, am Ende jeder Leistungsphase ist irgendeine Form von technischer Dokumentation, ein Bericht, den Sie schreiben müssen. Das ist keine Prosa, sondern das ist ein Stück Text, den Sie mit den wesentlichen Infos dann erstellen müssen. Und bei den besonderen Leistungen sind das dann einige, die hier auftreten können, nämlich jetzt geht es an die konkrete Planung der Gebäudehülle. Das heißt, wir haben als eine besondere Leistung die zwei- oder dreidimensionale Berechnung von Wärmebrücken. Was das ist, sehen wir noch. Kommt aber häufig vor. Dann selten eine instationäre Berechnung. Was das ist, sehen wir noch. Tageslichtsimulation im Wohnhausbereich, auch noch nicht üblich. Kommt vielleicht jetzt im Zuge mit den neuen Förderprogrammen. Dann eine dynamisch-thermische Simulation zum sommerlichen Wärmeschutz. Das kann schon häufiger vorkommen, weil das Standardverfahren doch sehr grob ist und sehr weit auf dieser ominösen, sicheren Seite liegt. Kommt so eine Simulation eigentlich immer häufiger vor. Im Bürobereich ist es eigentlich Standard, das zu simulieren. Deswegen werden wir das auch mal ein bisschen streifen, dass sie wissen oder sehen, was heißt das denn, so eine Simulation. Dann könnte auch sein, dynamisch-thermische Simulation, Einzelräume zur Ermittlung der Temperatur und der Feuchte im Jahresgang. Das wäre so etwas, was man machen würde, wenn der Bauherr eine Bibliothek baut. Dann will man genau wissen, wie verhält sich die Temperatur übers Jahr gesehen, weil eigentlich berechnen wir das nicht. Wir machen nur die Energiebilanz. Und wenn man aber so für solche Nutzungen das wissen muss, dann ist das sicherlich eine besondere Leistung. Dann kann ich so eine Simulation machen im Bereich der Gebäudetechnik, der Haustechnik, also die auch mit einbeziehen. Was heißt das jetzt? An Lüftungsanlage, wie viel Kubikmeter pro Stunde muss die Lüftungsanlage reinschaufeln? Wie viel Feuchte muss die rausschaufeln? Das wäre auch eine besondere Leistung. Strömungssimulationen. Also Sie merken, das sind jetzt keine Einfamilienhäuser mehr, über die wir sprechen. Deswegen werden wir das auch nicht thematisieren im ersten Semester. Oder auch Simulationen zur Besonnung und Verschattung. Das kann schon mal sein, punktuell, wenn man zum Beispiel wissen will, wie viel Ertrag liefert denn jetzt meine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Konkret. Also eine Simulation zur Besonnung und Verschattung. Also stehen da Bäume drumherum, Nachbargebäude, die die PV-Anlage auf dem Dach verschatten. Dann will ich das ja wissen. Um genau abschätzen zu können, ist das wirtschaftlich. Also auch das kann eine besondere Leistung sein. So, dann geht es weiter. Mitwirkung bei der Erstellung eines Lüftungskonzepts. Das ist eine besondere Leistung, die durchaus regelmäßig vorkommt. Eben hatten wir das Luftdichtheitskonzept. Sie können aber auch nicht total luftdicht bauen, sonst wird es auch doof. Also Sie brauchen irgendwie ein Konzept der ausreichenden Be- und Entlüftung. Das ist eine Leistung, die standardmäßig vorkommt. Deswegen haben wir das als Thema auch in Kapitel D bei uns. Raumbuch eher selten. Das ist Sache des Architekten. Energienachweise für weitreichende Anforderungen. Passiv oder KfW-Haus. Also KfW-Haus ist natürlich dann wieder so eine Frage. Wenn der Bauherr eins möchte, ist es eine besondere Leistung. Und ein Punkt, den können wir uns gerne, wenn Sie in der Bauwirtschaftsingenieurgruppe sind oder Bauwirtschaftsingenieurwesen studieren, uns nochmal vorknöpfen, konkret für Ihr Projekt. Das sind dann durchaus auch interessante vergleichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, nenne ich es jetzt einfach mal, von unterschiedlichen Maßnahmen. Also ich vergleiche zwei verschiedene Außenwände mit vielleicht zwei verschiedenen Materialien und dem gleichen U-Wert. Oder ich vergleiche eine Außenwand, die die Mindestanforderungen einhält und ich vergleiche eine Außenwand, die KfW-Anforderungen einhält. Was ist wirtschaftlicher? Auch das kann eine besondere Leistung sein. Und das bietet sich vielleicht an, wenn Sie Bauwirtschaftsingenieurwesen studieren, dann interessieren Sie ja diese Wirtschaftlichkeitsaspekte. Wenn Sie diese Liste sehen, dann erkennen Sie relativ schnell, das ist die arbeitsintensivste Leistungsphase. Die Entwurfsleistungsphase ist die mit dem größten Aufwand bis zum Bauantrag. Und das wird deswegen auch für Ihr Projekt den längsten Zeitraum in Anspruch nehmen. Das wird losgehen nach der ersten Projektwoche, also in der ersten Projektwoche oder bis Abschluss der ersten Projektwoche, werden Sie die ersten beiden Leistungsphasen thematisieren. Also Vordimensionierung der Bauteile, Vordimensionierung des sommerlichen Wärmeschutzes, Vordimensionierung der Wärmebrücken. Das wird Ihr Job sein. Zum ersten Testat, also dass die erste Prüfungsleistung, die wir zusammen haben werden, ist, dass Sie uns vorstellen, Ihr Konzept Leistungsphase 1 und 2. Ja, da kommen wir nochmal detailliert zu, aber nur, dass Sie es schon mal so absehen können. Und dann die Konkretisierung, die Umsetzung, das ist dann der Hauptteil der Arbeit. Deswegen haben Sie dann auch zwei Projektwochen am Ende nochmal ausführlich Zeit dafür und immer freitags bei uns. Also das ist dann Thema in den Freitagsveranstaltungen. Da ist der Platz, da können Sie dran arbeiten, wir helfen Ihnen. Und das ist dann der Zeitraum, der die meiste Arbeit verursacht. Aber Sie sind ja auch zu fünft. Also da geht es dann auch ein bisschen darum, dass Sie sich die Arbeit auch gut aufteilen. Dann kommt noch eine Mini-Leistungsphase hintendran. Das ist nämlich die Leistungsphase 4, die Genehmigungsplanung. Ja, jedes Bauvorhaben braucht ja eine Baugenehmigung. Und ein Bestandteil dessen ist dann auch der sogenannte Wärmeschutznachweis im bauordnungsrechtlichen Verfahren beziehungsweise der Nachweis, dass es tatsächlich ein KfW-Effizienzhaus 55 ist. Da führt man jetzt eigentlich nur die konkrete Planung aus Leistungsphase 3 nochmal zusammen. Die wird ja nochmal abgestimmt, die Leistungsphase 3. Und wenn es dann feststeht, dann macht jeder, der Architekt, Sie, der Tragwerksplaner, macht dann die Genehmigungsunterlagen fertig. Das ist dann keine besonders intensive Leistungsphase mehr. Hauptbestandteil ist dann Aufstellen des förmlichen Nachweises, also der Wärmeschutznachweis letzten Endes. Genehmigungsnachweis, Genehmigungsplanung ist das Ganze. Oder dann auch entsprechend Bearbeitung von Förderanträgen. Das ist dann der Nachweis, dass es ein KfW-Effizienzhaus ist. Also das ist keine besonders intensive Leistungsphase. Für Sie sowieso nicht, weil Sie machen im Projekt Leistungsphase 3 und 4 quasi zeitlich in einem. Also da geht es nun mal darum, so ein bisschen die Nachweise aufzustellen. So, und damit endet Ihr Projekt. Ja, also es geht, das Realprojekt geht natürlich weiter. Das besprechen wir jetzt nicht ausführlich. Da geht es dann um die Ausführungsplanung, also Planunterlagen erstellen, zuarbeiten, die tatsächlich oder nach denen gebaut werden kann. Dann muss es natürlich ausgeschrieben werden. Das heißt, die Vorbereitung der Vergabe, also Sie machen Ausschreibungstexte mit. Und dann wird das Bauverhaben vergeben. Da gibt es vielleicht nochmal Vergabegespräche. Jetzt nicht bei meinem Familienhaus, sondern bei einem Bürogebäude vielleicht. Und dann Leistungsphase 8, die ominöse Leistungsphase 8, die allseits beliebte Leistungsphase 8. Das ist die Objektüberwachung und Dokumentation, also die Begleitung der Bauausführung. Und da hängt es vom Bundesland ab. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist diese Leistungsphase 8 standardmäßig mit drin, weil es sogenannte stichprobenhafte Kontrollen gibt durch einen Sachverständigen für Wärmeschutz. Das heißt, da muss der Bauherr diese Begleitung durch den Fachplaner beauftragen. Das gibt es in anderen Bundesländern auch, aber nicht in allen. Also da spielt dann Landesrecht, die Umsetzung spielt da die wesentliche Rolle. Und Objektbetreuung ist quasi nach Übergabe des Objekts. Also in der Garantiezeit oder Gewährleistungszeit, dann findet die Objektbetreuung statt. Das kann dann höchstens noch für den Bereich Wärmeschutz sein, die Mitwirkung bei Zertifizierungsaudits. Also nach Fertigstellung erfolgt dann die endgültige Zertifizierung, die Nachhaltigkeitszertifizierung kann sein. Und da laufen Sie auch ein bisschen mit. So, jetzt haben wir einmal besprochen, was ist allgemein Ihr Job? Ja, und jetzt gucken wir darauf, wie viel Geld kriegen Sie dafür, wenn Sie Glück haben, muss ich dazu sagen. Ja, es hängt natürlich wie alles auch davon ab, Angebot und Nachfrage. Und es ist kein Gesetz, also es ist keine festgelegte Gebührenordnung mit einer rechtlichen Bindung, sondern das ist quasi ein, der Versuch der Vereinheitlichung dieser Honorare und der Versuch, dass alle gut verdienen. Aber wie das so ist mit dem Menschen, bevor ich keinen Auftrag kriege, mache ich vielleicht ein günstiges Angebot und kriege einen Auftrag. Ja, und so schaukelt sich das. Je nach Berufssparte sind die Menschen mehr oder weniger empfänglich für diese Dumpingprozesse. Schaukelt sich dann nach unten. So eine Honorarordnung gibt es für Architekten, gibt es für Bauphysiker, gibt es für Ärzte, gibt es für Notare und Rechtsanwälte. Nur Ärzte, Rechtsanwälte und Notare halten sich dran und die Ingenieurberufe nicht so besonders. Also die Honorare, die hier stehen, machen wir mal ein Fragezeichen dran, ob die sich im Markt durchsetzen lassen. Und was finden Sie jetzt da? Sie finden auf der linken Seite in der ersten Spalte finden Sie die sogenannten anrechenbaren Kosten. Und die anrechenbaren Kosten, das werden Sie noch, das sind die Kosten der sogenannten Kostengruppe 300 und 400. So, jetzt habe ich einen unbekannten Begriff durch zwei neue unbekannte Begriffe ersetzt. Was heißt denn 300er, 400er Kostengruppe? Auch weiß es einer, zufällig, außer David, du wirst es wissen. Könnte ja sein. Also die 300er Kostengruppe, das ist die Baukonstruktion. Außenwände, Decke, Bodenplatte, alles was man baut, das befindet sich in der Kostengruppe 300. Da gibt es dann die Unterteilung, da gibt es dann die Kostengruppe 310, 320, 330. Das sind dann eben diese einzelnen Bauelemente. Die werden danach gegliedert. Und die Kostengruppe 400, das ist die gesamte technische Gebäudeausstattung, die TGA, also die Heizungstechnik, die Wasser- und Abwassertechnik, das befindet sich in der Kostengruppe 400. Man könnte es auch andersrum formulieren und sagen, die anrechenbaren Kosten sind die Gesamtherstellungskosten des Gebäudes ohne Grundstück und ohne Planungsleistungen. Also das, was der Bauherr nachher für das Haus bezahlt, was dann irgendwann mal da steht, keine Planungsleistungen, keine Grundstückskosten, die befinden sich nicht da drin. Was kostet ein Einfamilienhaus? Von bis sicherlich. Und bis ist keine Grenze, also meine Frau ist Architektin, die plant gerade ein Einfamilienhaus, das kostet 1,6 Millionen ohne Grundstück. Also das gibt es auch alles, aber das ist sicherlich nicht das Haus, was Sie kriegen als Objekt oder als Planungsvorgabe für Ihr Bauprojekt. Ja, wo liegen wir so beim Einfamilienhaus ohne Grundstück? Vielleicht da, wenn es günstig ist vielleicht oder normalpreisig nichts Abgehobenes, kein Sparhaus, liegen wir vielleicht bei 400.000 Euro. Das sind die anrechenbaren Kosten. Als zweites brauche ich eine Angabe darüber, wie kompliziert ist denn die Bauaufgabe, die ich da habe als Bauphysiker. Und das spiegelt sich wieder in den sogenannten Honorarzonen 1 bis 5. 1 ist dann die Scheune, sagen wir mal, eine total einfache Aufgabenstellung und Honorarzone 5 ist vielleicht ein Klinikum. Also ein sehr komplexes Gebäude mit vielen Anforderungen oder ein Archiv oder eine Bibliothek mit sehr hohen baufysikalischen Anforderungen. Und da gibt es einen Katalog im AHO-Heft oder HAI, welche Gebäudetypen sich in welcher Honorarzone normalerweise befinden. Und so unser Einfamilienhaus befindet sich standardmäßig in so einer mittleren Komplexität, Honorarzone 3. Und dann gibt es in jeder Honorarzone eine Regelung des Honorars von bis. Also es gibt nicht einen Betrag, sondern man sagt, okay, von bis. Und für die Honorarzone, die Honorarzone 3 Untergrenze ist dann gleichzeitig die Honorarzone 2 Obergrenze. Ja, sodass ich da quasi immer so dazwischen eine lineare Verteilung mir vorstellen kann. Und wenn ich jetzt gucke, Honorarzone 3, anrechenbare Kosten 400.000 Euro, dann lande ich bei einem Gesamthonorar, was irgendwo liegen könnte, zwischen 6.400 und 8.300 Euro Netto. So, das ist das Geld, was Sie dafür bekommen würden, wenn Sie alle Leistungen, die da oben unter Grundleistungen stehen, in allen Leistungsphasen erbringen würden. Das wäre ein Honorarvorschlag, den Sie den Bauherrn machen könnten, in Anlehnung an die Honorartafel des Aho-Heftes Nummer 23. Ob Sie den Auftrag dafür bekommen, ist eine andere Sache. Ja, also wenn Sie jetzt sagen würden, ich biete dir das Ganze für 7.000 Euro an, sagen wir mal, mittendrin, gehen wir mal mitten rein, dann wird der Bauherr natürlich, oh, ich bin da verrutscht, Entschuldigung, in der Zeile verrutscht, das hier sind die passenden Beträge. Ob der Sie dann beauftragt, wenn er ein anderes Angebot hat, vielleicht für 6.000 Euro ist dann die Frage. Das heißt, Sie sind nicht verpflichtet, sich daran zu orientieren. Es hängt ein bisschen von der Gegend ab, wie die Honorarentwicklung ist, also wie groß ist das Angebot an Baufysikern, die die Planungsaufgabe machen können und im Einfamilienhausbereich ist die halt sehr groß. Das können viele rechnen. Wenn es jetzt an eine Bibliothek oder Klinik geht, dann können das nicht mehr viele machen. Insofern ist das immer eine Frage des Marktes auch und der Baukonjunktur auch gerade. So, und jetzt geht es ja darum, Sie sollen Ingenieurbüro spielen. Sie machen nicht die Leistungsphasen 1 bis 8, sondern Sie machen nur die Leistungsphasen 1 bis 4. Bis zur Genehmigungsplanung erstmal. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur wissen, wie hoch ist das Gesamthonorar, sondern auch, wie viel Prozent davon nehme ich denn standardmäßig in den Leistungsphasen, in den einzelnen Leistungsphasen. Und dazu passt dann diese Tabelle hier, das nämlich auch in dem AHO-Heft drinsteht, wie viel Prozent des Honorars darf ich in der jeweiligen Leistungsphase oder darf ich nehmen, klingt zu eng, also wie viel ist üblich sozusagen als Zwischenrechnung, Zwischenhonorarrechnung, in den einzelnen Leistungsphasen. Und da ist es ja so, dass Sie im Bauprojekt Schluss machen nach der Leistungsphase 4. Das heißt, wir reden hier von 60, 66, 69 Prozent Punkten. Wenn ich die Zahlen da addiere, komme ich hoffentlich auf 69, genau. Das heißt, von meinem Honorarvorschlag, wenn ich jetzt sage, ich nehme 70.000 Euro, rechnen wir erst mal gerade, Quatsch, 70.000 wäre schön, 7.000 Euro, Honorar, Gesamthonorar mal 69 Prozent, lande ich bei 4.830 Euro. Das heißt, Ihr Honorarvorschlag könnte sein, als Ingenieurbüro XY, vielen Dank für die Anfrage, Einfamilienhausplanung, ich biete Ihnen das auf Basis so und so an, anrechenbaren Kosten, schätze ich mit 400.000 Euro ab, ich biete Ihnen die Leistungsphasen 1 bis 4 dementsprechend an und Sie landen dann, ja, wenn wir jetzt mal sagen, 7.000 Euro gesamt, dann heißt das 4.830 Euro für die Leistungsphasen 1 bis 4 als Honorarvorschlag. So, und jetzt ist die Frage, die ich Ihnen als Mitarbeiter mit auf den Weg geben muss, wie lange dürfen Sie für welche Leistungsphase brauchen, wie viele Stunden dürfen Sie damit verbringen und da hätte ich jetzt auch nochmal eine Schätzfrage ins Publikum und hoffe, dass da einige was in den Chat vielleicht einfach reinschreiben, was würden Sie denn schätzen, wie hoch ist der Stundensatz, den ein üblicher Mitarbeiter im Bereich der Bauphysik das Ingenieurbüro kostet? Also, wie viel, mit wie viel Euro pro Stunde müsste ich Ihre Leistungen abrechnen, damit ich 0 auf 0 quasi rauskomme aus der Nummer? Schreiben Sie es einfach mal in den Chat oder sagen Sie es mir gerne auch. Wir sammeln einfach mal so ein paar Ideen. 80 Euro, 120 Euro, 45, 130, 60, 50, 50, 100, ja, einfach mal ziehen wir mal den Chat ein bisschen größer. Ja, also, wenn Ihre Zahl schon dabei ist, müssen Sie jetzt nicht mehr eingeben. Geht jetzt auch nicht um höchstbietend oder niedrigstbietend. also zwischen, was war das geringste, 45 Euro und 130 Euro sind Ihre Schätzungen. Das ist schon ganz gut. Also, Sie sind da schon so, die richtige Zahl oder der richtige Bereich ist dabei. Mit 45 Euro die Stunde werden Sie wahrscheinlich nicht hinkommen. also das wird ein bisschen zu niedrig sein. 130 werden Sie leider auch nicht kriegen. Zumindest nicht im Bereich des Wärmeschutzes für Einfamilienhäuser werden Sie die Zahl nicht aufrufen können. Also, es ging ja um die Selbstkosten. Und wie kann man das jetzt mal überschlagen? Also, die Frage, was kostet ein Mitarbeiter? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steckt. Das hängt natürlich von Ihrem Gehalt ab. Jetzt könnte ich dieselbe Frage nochmal stellen. Was hätten Sie denn gerne als Berufseinsteiger für ein Honorar? Oder, nein, nicht Honorar, für ein Gehalt? Mit einem Masterabschluss, sagen wir mal, weil da kenne ich konkret die Zahlen oder Angebote. Hängt ein bisschen von der Branche ab, wo Sie als Baufysikerin oder Baufysiker arbeiten. Die Arbeitgeber, die am besten bezahlen, sind sogenannte große Büros, die Projektsteuerung mitmachen, die also auch Sonderaufgaben haben. Das heißt, wir schreiben mal dieses Biss-Honorar auf, was ich aktuell kenne tatsächlich. Und das sind 50.000 pro Jahr. Das ist das, was ich an aktueller Zahl kenne im Bereich der Projektsteuerung, aber dann in der Baufysik zu arbeiten. Also ein eher spezialisierter Bereich und das Ganze geht los eigentlich so bei 35.000 Euro pro Jahr so in etwa. Also in dem Bereich wird sich das wirklich jetzt von bis, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, dazwischen wird sich das jahresgehaltsmäßig abspielen, wenn Sie in der Baufysik arbeiten wollen. Jetzt kann ich das Ganze natürlich, hoppala, ist ja die Frage, wie viel arbeiten Sie dafür oder wie hoch sind die Allgemeinkosten. Das heißt, das ist ja nur das Gehalt, was Sie kriegen. Das heißt, ich brauche jetzt noch den Gemeinkosten. Das heißt, ich habe ja als Arbeitgeber Sozialabgaben zu leisten. Ich muss ein bisschen Overhead, also allgemeines Büro mit reinrechnen, wenn ich Ihren Stundensatz ermitteln will, muss ich ja die Schreibkraft, den Steuerberater und so weiter quasi ja mit abdecken. Und das ist dieser Gemeinkostenfaktor, der dahinter steckt, der liegt so im Bereich 1,7 bis 2,1 Fach dessen. Also auch da werden wir jetzt mal ganz günstig rechnen und mal mit dem Wert hier weiterrechnen und den nur mal mit 1,7 multiplizieren. Also die 35.000 mal 1,7 landen wir bei ungefähr 60.000 Euro pro Jahr, die mich als Arbeitgeber ein Mitarbeiter kostet, wenn es wirklich, wenn ich einen günstigen Mitarbeiter bekomme und ich auch ganz schlanke Allgemeinkosten habe, lande ich bei 60.000 Euro bis, wenn ich jetzt die höheren Summen mal durch multipliziere, könnte man wahrscheinlich im Kopf, lande ich bei 105.000 Euro pro Jahr. Das, was ich eben sagte, also wenn man pro Mitarbeiter zwischen 80.000 und 100.000 Euro Umsatz erzielt, dann decken sich die Kosten. Das heißt, 60.000 ist sehr niedrig gegriffen, 105.000 ist wirklich schon so die obere Grenze. Jetzt habe ich ja nicht nur Berufsanfänger, Sie wollen ja wahrscheinlich ein bisschen Gehaltssteigerung haben über die Jahre, das heißt, aus den 50.000 werden dann irgendwann auch 60.000 oder 65.000 oder 70.000, je nachdem, wo Sie arbeiten. Das heißt, so als 100.000 Euro im Mittel pro Jahr pro Mitarbeiter gerechnet, über das gesamte Mitarbeiterprofil, was man so kennt, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir jetzt damit mal rechnen und sagen, okay, 100.000 Euro pro Jahr ist so das, was ich anstreben sollte. Wie viele Stunden arbeiten Sie dafür? Gab es ein Mikro, was angeht? Gab es eine Frage? Okay, okay, kein Problem. Das heißt, jetzt kommt so der Punkt rein, irgendwie, wie viele Krankheitstage habe ich pro Mitarbeiter, also wie viele produktive Stunden hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin pro Jahr? Wenn wir jetzt mal rechnen, also die Arbeitszeit, habe ich natürlich erstmal 52 Wochen pro Jahr minus Anzahl der Urlaubswochen. Wie viel Urlaub hätten Sie gerne? 5 6 wäre schön, 5 ist eigentlich die Praxis, so in etwa sagen wir mal 6 Wochen, gönne ich Ihnen mal viel Urlaub. 6 Wochen Urlaub und dann noch vielleicht 2 Krankheitswochen abziehen durchschnittlich, pro Arbeitnehmer lande ich bei 8 Wochen Abzug. Ein paar Feiertage habe ich auch noch drumrum, das heißt ungefähr 10 Wochen könnte man ja abziehen. 200 Tage mal 8600 Stunden, ja, ist eine andere Kalkulation. Gucken mal, ob wir das gleiche kommen. Ja, das heißt 42 Wochen pro Jahr mit jeweils also 42 Wochen mal 5 Arbeitstage, ja, so. Herr Morbe, Sie haben ja nicht recht, äh, Quatsch, nicht, liegen ja nicht ganz daneben. Ich komme jetzt irgendwie auf 210 Arbeitstage, Arbeitstage pro Jahr. Sie kamen auf ungefähr 200, ist das gleiche. Ich schreibe es nur noch mal runter, insofern, wir kommen ja aufs gleiche, 210 Arbeitstage, mal wie viele Stunden am Tag, auch da gibt es wiederum eine Bandbreite, also 8 Stunden ist, würde ich sagen, ein Mittelwert. Ich kenne Unternehmen, die haben 38 Stunden tatsächlich in der freien Wirtschaft. Ich kenne aber auch Unternehmen, Planungsbüros, gar nicht so wenige, die haben 42 Stunden Woche. Insofern rechnen wir einfach mal mit 8 Stunden, 8 Stunden pro Arbeitstag. Ich rechne jetzt mal mit meinen Zahlen, also nicht, weil ich Ihnen nicht recht geben will. 210 mal 8 Stunden sind 1680 Stunden pro Jahr und das heißt, naja, Stundensatz, sind dann dementsprechend die 100.000 geteilt durch 1680 sind dann 59,50 machen wir die Sache rund 60 Euro pro Stunde ist das ist so ein kalkulatorischer mittlerer Stundensatz für den Mitarbeiter mittlerer Ausbildungsstandard oder mittlerer Berufserfahrung das heißt, der schwankt natürlich wenn Sie jetzt in einer Unternehmung in einer etwas größeren arbeiten die haben ein Controlling System das heißt, sie haben tatsächlich einen auf ihrem Gehalt und ihren Konditionen beruhenden Stundensatz die im Controlling drinstecken erfahrene Mitarbeiter stehen dann da entsprechend mit 70 oder 75 Euro drin aber wir rechnen jetzt einfach mal mit 60 Euro pro Stunde warum der ganze Krempel naja ich kriege 4830 Euro das heißt wie viel Stunden Arbeit darf ich da reinstecken nehmen wir das das ist der falsche Stift so dann nehmen wir die Stundensatz und das heißt die 4830 geteilt durch die 60 Euro pro Stunde und dann sind wir gleich da 80 5 Stunden 80 Stunden dürfen sie brauchen für die Leistungsphasen 1 bis 4 wenn man jetzt noch und das sollte man also wenn ihnen also ein gutes Büro sagt ihnen ihr Abteilungsleiter oder ihre Chefin sagt ihnen das hast hier ein Projekt wir kriegen das und das Honorar dafür das heißt du solltest nicht mehr als 80 Stunden brauchen dann sind wir im roten Bereich wenn du mehr brauchst als 80 dann machen wir Verlust mit dem Projekt wenn du weniger brauche machen wir noch mehr Gewinn das heißt eigentlich müsste ich hier auch noch Wagnis und Gewinn mit ein rechnen also dass die Unternehmung sagt Ziel soll ja sein Gewinn zu erwirtschaften das steckt je nachdem in diesen Gemeinkosten mit drin kann sein wir rechnen sie jetzt nicht noch mal gesondert da rein und sagen da ist schon ein bisschen Gewinn mit reingerechnet in die 60 Euro pro Stunde oder in die 80 Stunden für das Projekt und jetzt geht es ja darum nochmal wieder raus zu insgesamt für die erste Leistungsphase darf ich aber kriege ich nur 3 Prozent Honorar von 69 Prozent ja an der Stelle muss ich mit den 69 rechnen weil ich ja auch nur mit dem anteiligen Honorar gerechnet habe das heißt die 80 Stunden 80 mal 3 durch 69 das heißt aufgerundet 3,5 Stunden mehr dürfen sie nicht brauchen für die Leistungsphase 1 Leistungsphase 2 entsprechend 80 mal 20 durch 69 sind dann 23 Stunden ich runde jetzt so ein bisschen dementsprechend das Doppelte in der Leistungsphase 3 und Leistungsphase 4 das Doppelte von der Leistungsphase 1 sind dann 7 Stunden und dann kommt das ja ungefähr hin sagen wir mal das wäre ihr Arbeitsplan das heißt das ist das mit dem sie in einem Realprojekt rechnen dürften rechnen müssten das heißt sie dürfen eine komplette eine gute komplette Arbeitswoche mit der Leistungsphase 3 verbringen sie dürfen knapp drei tage mit der Leistungsphase 2 verbringen sie dürfen aber nur einen halben Tag mit der Leistungsphase 1 verbringen um im Ziel zu landen und dann noch mal einen Tag Arbeit zum Festschreiben der Genehmigungsplanung das klingt erstmal sehr viel an Zeit und das ist es auch also es ist natürlich auch ausreichend dieser Zeitraum für die eigentliche Aufgabe die sie haben und wenn sie aber später jetzt mal im Büro arbeiten dann werden sie feststellen okay der Hauptteil meiner Arbeit ist eigentlich gar nicht die Berechnung der Bauteile sondern mit einem großen Anteil meiner Arbeitszeit geht drauf für die Teilnahme an Besprechungsterminen das heißt die Leistungsphase 1 und 2 jetzt auch wieder ein aktuelles Projekt von dem ich weiß Leistungsphase 2 erstreckt sich über einen Zeitraum von 5 Monaten das ist jetzt ein Bürogebäude und kein Einfamilienhaus und wenn sie dann jede Woche an einem Planungstermin einer Planungsbesprechung teilnehmen müssen wo sie zwei Stunden rumsitzen dann sind schon mal entsprechend Stunden davon weg ohne dass sie überhaupt irgendwas gerechnet haben ohne irgendwas gemacht haben ohne irgendwas gemacht zu haben das heißt sie müssen später auch gut mit ihren Stunden haushalten das ist auch ihre Aufgabe und da werden die Ingenieure auch zu wenig drauf vorbereitet also man bringt ihnen rechnen bei wunderbar ganz tolle Sachen und das ist auch wichtig und Kern ihrer Aufgabe aber sie müssen auch mit ihren Stunden haushalten können das möchte ich als Arbeitgeber auch dass sie da jetzt nicht munter zu jeder Planungsbesprechung fahren und auf einmal stehen in Leistungsphase 2 40 Stunden und nicht 20 oder 23 Stunden weil sie halt drei Nachmittage mit dem Architekten und den Bauherrn zusammengesessen haben und über Dinge geschnackt haben und fünf Termine mit vier Stunden sind 20 Stunden das heißt wenn sie in Leistungsphase 2 fünf Besprechungstermine der längeren Art haben mit Bauherrn die sehr beratungsintensiv sind dann sind die 23 Stunden weg ohne dass sie auch nur eine Zeile im Bauprojekt also ich werde sie nicht vom Arbeiten abhalten dadurch dass wir jetzt Besprechungstermine machen ich hoffe sie sehen die Vorlesung nicht als Zeitverschwendung aber so als Größenordnung wo steckt die meiste Arbeit drin das gilt auch für ihr Bauprojekt das heißt wir haben ungefähr den doppelten Aufwand also zwei Drittel des Aufwandes in Leistungsphasen 3 und 4 von dem was in 1 und 2 ist planen sie das ein für sich in der Gruppe wir unterstützen sie dabei dass sie das nicht unterschätzen dass es hinten raus doch Arbeit ist und zweiter Universaltipp am Rande je besser vorbereitet sie in die nächste Leistungsphase gehen desto effizienter können sie arbeiten je mehr Fragen sie vorher schon geklärt haben je mehr Entscheidungen der Bauherr schon getroffen hat desto weniger Varianten nehmen sie mit in die nächste Leistungsphase das ist auch geschicktes Projektverhalten sage ich mal das ist Erfahrung Berufserfahrung vorherzusehen welche Fragen kommen standardmäßig auf welche Fragen kann ich schon vorziehen quasi oder geschickt ist auch an andere Planungsbeteiligte abzugeben zu sagen naja das ist keine Entscheidung welche Außenwand wir jetzt nehmen der Bauphysik sondern die muss kostenmäßig und architektonisch getroffen werden dann sind sie raus dann muss der Architekt sich drum kümmern und nicht sie oder sie sagen naja wir können mit einer Luftwärmepumpe arbeiten genauso wie mit einem Holzperlett Kessel das ist dann eine Entscheidung die muss der TGA Planer vorbereiten und mit dem Bauherrn abstimmen sind sie auch raus also sie müssen im Projekt auch immer gucken so ein bisschen wie ein schwarzer Peter Spiel im Sinne der Wirtschaftlichkeit gucken dass sie nicht instrumentalisiert werden von anderen Planern die vielleicht überlastet sind und sagen ich kann nicht weiter planen weil der Bauphysiker hat mir nicht angegeben welche Bauteile er da hat ich kann keine Heizlastberechnung machen ich kann die Anlage nicht auslegen weil der Bauphysiker nicht gearbeitet hat das sollten sie abwehren sollten eben frühzeitig dann fragen und sagen TGA Planer hast du alle Angaben für deine Heizlastberechnung als Beispiel hier sind die U-Werte die stellen wir sicher kannst arbeiten wunderbar geh weiter also das ist so ein bisschen an Planungserfahrung da geraten sie ja nicht plötzlich unerwartet rein sondern sie werden ja als Berufsanfänger da auch mitgenommen von erfahreneren Ingenieurinnen und Ingenieuren also zusammengefasst sie haben dadurch das ganze Instrumentarium an der Hand durch diese Honorartafeln sie wissen was sie tun müssen und sie wissen wie viel Zeit sie es Honorar kennen ja und wenn jetzt das Angebot wenn sie jetzt den Zuschlag nicht für 4800 Euro kriegen sondern nur für 4000 Euro dann müssen sie gucken und irgendwo 20% immer abziehen kriegen sie es dadurch noch abgebildet oder fallen dann besondere Leistungen raus oder sie sind dann stärker darauf fokussiert vielleicht irgendwo nochmal einen Nachtrag stellen zu können für besondere Leistungen wenn sie wissen mein Wärmebrücken Leistungsphase 3 2 dreidimensionale Wärmebrücken Berechnung das Ding hier dass sie dann in ihrem Angebot und in dem Auftrag drinstehen haben nicht enthalten ist die Berechnung von Wärmebrücken wenn der Bauherr dann später doch die Berechnung von Wärmebrücken braucht dann können sie sagen naja gut sie wollten ja ein schlankes Honorar haben jetzt brauchen sie doch eine Leistung die nicht beauftragt ist jetzt schreibe ich den Nachtrag über die Berechnung der Wärmebrücken da hätte ich jetzt gerne noch mal 10 Prozent 15 Prozent bezogen aufs Honorar noch mal obendrauf für diese besondere Leistung hier und da das ist auch ihr Job mit insofern ich finde das ganz spannend nachher dann auch an der Tätigkeit des Ingenieurs der Ingenieurin nicht nur quasi zu rechnen zu rechnen zu rechnen sondern auch solche kaufmännischen Sachen mit zu begleiten auch so ein bisschen die Projektstrategie so ein bisschen mit zu verfolgen auch wenn man das weiß dann zu beobachten wie will sich jetzt ein Tragwerksplaner in einem größeren Büro der ist überlastet der will sich jetzt raushalten der will so ein bisschen jetzt die Arbeit verteilen das das kriegen sie dann mit und das dann auch abzuwehren und so weiter also das ist dann klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht aber das finde ich eben so facettenreich an der Tätigkeit also dass es eben nicht nur darum geht die Stahlbetonstütze zu rechnen und den Stahlbetonunterzug zu rechnen sondern ja dann eben auch daran zu denken wie stimme ich denn jetzt als Tragwerksplaner was sind meine Leistungen was muss ich abstimmen oder wenn wir jetzt in die Größenordnung kommen von großen Bürogebäuden da kriegen sie dann vielleicht 40.000 Euro Honorar für den Wärmeschutz sagen wir einfach mal das Zehnfache und sie haben dann 230 Stunden für die Vorplanung übrig dann macht das ja nicht mehr ein Ingenieur oder eine Ingenieurin sondern mehrere und sie sind dann vielleicht Teamleiter und müssen das dann koordinieren dass das alles gut fluppt also das ist dann eben auch alles Tätigkeit des der Ingenieurin das finde ich eben so vielschichtig und interessant so weit sind wir noch nicht ja da wollen wir sie hinbringen zu dem Punkt aber wir üben das jetzt an einem kleinen Bauprojekt und das könnten sie sich vielleicht als Richtschnur nehmen die prozentuale Verteilung zumindest des Arbeitsaufwandes und sie haben die einmalige Chance dann zu fünft in einem Projekt die Arbeit auch noch zu verteilen das heißt wenn ich das jetzt mal rückrechne und sage okay sie haben für die leistungsphase 3 4 in Summe sagen wir mal 50 Stunden gerundet geteilt durch 5 heißt das 10 Stunden Aufwand für jeden jetzt ziehe ich nochmal 50 Prozent ab dafür dass sie keine Planungsbesprechung haben und so weiter und so fort dann heißt das für jeden von ihnen für jede von ihnen aus der Gruppe einen Aufwand von 5 Stunden dann machen sie das zum ersten Mal dann dauert es ein bisschen länger das heißt für jeden jede von ihnen wenn sie effizient die Arbeit verteilen und gut vorbereiten ist das Ein-Tag-Aufwand die Leistungsphase 3 4 für ihr Bauprojekt heißt das wenn sie gut vorbereitet reingehen ist das Ein-Tag-Aufwand 1,5 vielleicht das müssen sie irgendwo unterbringen in den letzten beiden Projekt Wochen das müssen sie unterbringen in den Freitagsterminen das heißt das entsteht am Stück vielleicht vielleicht aber auch wenn sie wollen vorher schon und sie haben in der Projektwoche Zeit für Mathe und Statik zu lernen also das ist dann wiederum geschicktes Projektverhalten dann in der Projektgruppe und da helfen wir ihnen natürlich auch dass wir eben sagen so und jetzt könnten sie das und das vorbereiten jetzt könnten sie am Freitag sprechen über die und die Themen wenn sie es in der Projektgruppe schon vorbereiten dann können sie die Leistung den kleinen Baustein sagen wir mal die Wärmebrücken Betrachtung können sie vorbereiten bringen sie ihre Überlegungen mit freitags dann besprechen wir das und dann machen sie einen Haken dahinter dann sind sie durch damit und dann müssen sie in der Projektwoche keine Arbeit mehr da reinstecken so möchten wir das mit ihnen machen so das ist der Bereich Planung jetzt habe ich wieder nur geredet ich erzähle immer nur dass sie auch arbeiten sollen und ich nicht so viel reden will und trotzdem rede ich die ganze Zeit und das soll sich jetzt gleich ändern aber haben sie Fragen